Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Volksanwältin und Herren Volksanwälte, Hohes Haus. Mein Beitrag befasst sich mit dem Mangel an Gymnasialplätzen in Deutschlandsberg in der Steiermark. Zum Verständnis. Der Bezirk Deutschlandsberg ist einer von neun Bezirken, beziehungsweise einer von drei Bezirken in der Steiermark, die über keine AHS-Langstufe verfügen. Denn rund 2150 Volksschülerinnen und Schülern stehen in ihrem Wohnbezirk zwar neun neue Mittelschulen, aber keine AHS-Unterstufe zur Verfügung. Eine allgemein bildende höhere Schule gibt es nur als Oberstufe, also ab der fünften Klasse. Diesen unbefriedigenden Umstand will eine Elterninitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Bildungsgerechtigkeit für alle Schüler herzustellen, beenden. Zu diesem Zweck sammelte diese Interessensgemeinschaft 466 Unterschriften und brachte eine Petition an den Landesschulrat und das damalige Bundesministerium für Bildung ein. Das schien zunächst erfolgversprechend zu sein, unterstützte doch die damalige amtsführende Landesschulratspräsidentin in einem Schreiben an das Bundesministerium dieses Anliegen und sagte klar und deutlich, sie schrieb, gute Schulen sind immer ein entscheidendes Kriterium für das Festlegen des Lebensmittelspunktes von Familien und dass das Fehlen von Wahlmöglichkeiten im Bereich der Sekundarstufe 1 sozioökonomischen Schaden verursacht und die langfristige Entwicklung in der Region nachhaltig benachteiligt und vor allem, dass es nicht politischer Wille sein kann, dass in einer demokratischen Gesellschaft Regionen benachteiligt werden und dass vor allem Kinder in ihren Entwicklungschancen beschnitten werden. Das sei Diskriminierung. Das war ihre anfängliche Meinung, die ich zu 100 Prozent teile. Aber wozu politischer Wille, vor allem wenn es sich um sozialistische Bildungspolitik handelt, im Stande ist, musste diese Elterninitiative wohl auch viele Eltern, die ihre Kinder gern in einem Gymnasium untergebracht hätten, erfahren. Denn das, was nicht sein darf, das darf nicht sein. Plötzlich vollführte nämlich die geschäftsführende Landesschulratspräsidentin einen Salto rückwärts. Plötzlich war alles ganz anders, man hatte ihr offenbar einen Maulkorb aufgesetzt. Sie meinte nun, dass die im Bezirk bestehenden Mittelschulen sowieso eine bestmögliche Förderung von allen Schülerinnen und Schülern bietet. Und, was ja noch schlimmer wäre, dass dann, wenn zu viel Zuspruch dem Gymnasium zukommen würde, eine der neuen Mittelschulen geschlossen werden könnte. Das kann es nicht geben. Und ich sage Ihnen, das sollte es geben, nämlich es besteht ein verfassungsrechtlicher Auftrag für ein differenziertes Schulsystem. Das sieht die Verfassung vor und es kann nicht sein, dass auch alle anderen Argumente sozusagen beiseite gelassen werden. Deswegen haben wir freiheitlich, auch voriges Jahr, durch Kollegen Mölzer einen Antrag auf Errichtung einer Unterstufe Borg in Deutschlandsberg eingebracht. Die Hoffnung besteht, dass mit der neuen Bundesregierung auch wieder Vernunft einkehrt und wir dieses Thema glücklich abschließen können. Deutschlandsberg in der Steiermark verfüge über kein Gymnasium mit Ober-Unterstufe, so Günter Kumpitsch von der FPÖ. Er kritisiert, dass eine entsprechende Petition von Eltern versandet ist.